Ja, Bitz und So kommt heute auch wieder mit freundlicher Stützung von Enjoy Your Camera. Zwar ist das ein, was steht der, Fachhandel für Fotozubehör. Der Text war früher anders, da stand irgendwie Versandhaus oder sowas. Ach, ich erinnere mich gar nicht. Irgendwas stand da. Egal, auf jeden Fall, wenn ihr irgendwelche Fotodinge braucht, die jetzt so gerade nicht die Kamera sind, sondern alles andere drumherum, dann könnt ihr mal bei enjoyyourcamera.com vorbeischauen, eyc.de. Ihr seht ja auf der Startseite schon so die Sahnestückchen sozusagen, aber es gibt auch so alles andere an Adaptern und Schräubchen und hier Stativzubehör und Klemmen und Zeug und Licht und Diffusoren und Taschen und Zeug. Schaut da einfach mal rein und wir haben heute einen glücklichen Zufall, dass sich der Pick und das Produkt von Enjoy Your Camera überschneiden. Also schaut einfach mal hier rein. Und wenn ihr irgendwelche Dinge für eure Fotozubehörbedürfnisse braucht und wir bedanken uns auf jeden Fall schon mal recht herzlich für die Unterstützung. So. So. So.